mit unterzeichnen okay wer ist im prallusher freistellte den ersten nackermangriff aus tarnung der stärke und steht gegner zurück nett so äh genau jetzt haben wir da ein paar jäger dinge ja jäger wo wir kommen und jägersatz mal angucken und welche war die hier sind so gut ist ja noch ob mich von dinge in den jäger ansatz einer kreide dinge da war ja 19 jetzt nach dem man level direkt schnell aber hier was um einen anzug hier zu level weil das ist ein zudem anzugtechnologie der schadner schaden gegen gegner in der luft ist erhöht war jetzt so wenig also gehen wir immer so oder so machen also würde es einmal erhöht ihn zu 20 prozent der grundschal mit 30 ok war zehn fähigkeiten gesagt der welt hat einen kegel vom premier ziel aus der alle gegner die in der geraden zurück wirftet schreibung letztes treffer das bei der sperrfeil hangelt wird in der schüttung einer kitzel aus der schütterung ok anfang an zu zitteln er wird sich auch gut an also es geht gar nicht noch gar nicht so es bedeutet ein spiderschock teilt peter meils aua aua um nach oben zu werben das könnte wirklich mal hilfreich sein halte beim abdauer 2 gedrückt und überkirchen luping mann über ausgeführt um ein tempo boost zu halten ja wir werden aber ein geraden schuss am ende der schütteln das war jener zieler schon angegriffen wird schützt den fokus ja das klärt vielleicht muss ich etwa mehr apparieren ein geräte schluss aufgefüllt ok so gut wenn wir nach einem venom sprint um einen zweiten kostet welcher erfolgen zu lassen ok ok oh ja komm 3 auf 6 hört nämlich doch gerne ok aber dann hat er sich mit dem super schock genau die junge spinne einfach habe ich doch gedrückt dann kann man sagen wo die basis ist der was für keine kugel mehr der 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 Aua! Aaaaah! Gute Arbeit allerseits! Autsch! What the hell, Alter? Ach du Scheiße! Ich brauch mehr Energie, ne äh... Wer denn? Junge! Komm da, komm hier wieder! Ich bin auch ungelöwe doch gemacht! Ich hab den Tast hier gedrückt! Ja, ich würd's echt von mir parieren! Ja, Alter, wirst du mal nicht aufpassen, ja? Oh Gott, Junge! Verstärkung? Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Hey, darfst du nicht gucken! Junge! Ja, schießt euch! Aua! Ja! Aua! Alter, bist du nicht nervig! Hab ich natürlich gesagt! Ja, ich solltest du sogar! Hä? Okay! Häää? Warte, ja! Hä? Wer schießt denn auf mi? Ja, dahinten, Alter! Guck mal, dass hier ein Schütz ist, und... Schieß zurück! Du schießt hier gar nicht. Ich schieße nicht, okay? Mach er was! Ja, ist gut. Alter. Lass das, der Henry. Oh. Ich... Ja, bitte! Arschloch. Alles, ne? Das nehmen wir doch so kräftig, ne? Nicht mal die Fähigkeiten der Einsätze. Was haben die bewacht? Weiß ich doch nicht. Was haben die bewacht? Komm her. Erzähl mir was. Wir wählen König. Eine Karte der Basis. Wie ich herausfinden kann, was mich dort erwartet? Wenn ich das Relais deaktiviere, können sie keine Verstärkung rufen. Cool. Du hast also in zwei anderen Ansätzen, Hannem? Nein. Was hat er zu den anderen Ansätzen? Vielleicht führen sie mich zur Basis. Ach so. So nice, cool. Alter Schwede. Haben wir denn noch so zu tun? Die Clubmesse? Grossfather finden? Mhm. Mhm. Alter Schwede. Oh Gott. Okay. Nice. Ich muss aber echt mal mehr parieren, ey. Ah, dann haben wir doch gleich Peter voll. Ah ne, doch nicht. Oh ne. Oh ne. Dann hätten wir die Parle. Ich bin der Eber aus. Ich bin ausgewichen. Ihr seid erledigt. Ich hatte nicht mein Ding gehabt. Boah, äh. Oh, das muss ich nicht gehabt. Was willst du? Arschloch, was willst du von mir? So, fertig mit der Mundeballer. Herr Pfing. Oh. Oh. Habe ich euch so viel Angst, dass ihr Verstärkung braucht? Neue Position. Nein. Feier in der Luft. Feier in der Luft. Wo? Wo ist das denn gemacht? Feuer frei! Wo denn? Junge, da hin! Weil er geboren will ich. Er hat wieder. Okay. Ah, ich hätte blocken müssen. Ähm, parieren. Alter! Pariert viel zu wenig zu dem. Pariere doch nicht, ne? Ach, alter. Ach, alter. Ach, alter. Na, die Schnauze. Okay. Ich sollte mich mal umsehen. Okay, das ging besser. Ich schaue nur mal kurz rein. Okay. Es ist noch in dieser Basis. Also. Die Netze können da helfen. Weiß noch nicht, wo die Basis ist. Noch ein Ansatz übrig. Naja, die Basis wird dann wohl irgendwo hier sein. Na, okay. Machen wir halt doch die Jägersätze. Aber gut. Ey, gib dir auch gerade ein. Wie sind wir gerade ein Hardemis? Naja. Ja. Dann schreiben wir sich. Dann schreiben wir sich auch mal doch dafür, ne? Oh, nö. Ein paar Jägersätze. Oh, alter. Die sind echt nicht ohne. Problem ist, ich muss halt, ey. Ich pariere nicht. Hab' mir noch nie gemacht. Ich mach' eigentlich. Ich mag parieren nicht. Ich bin von dieser Fähigkeit parieren. Kein Fan, weil das nicht hinkriegt. Parieren ist ne Gefühlssache. Ah, ich hab' da oben, ne? Ich hab' da gefunden. Ja. Ja. Nein. Nimm nicht den Sniper, der da ist. Nö. Können wir auch nicht nehmen. Die Entscheidung gewinnen. Wo denn? Wo ist der? Wo ist der? Da guck' wo der ist. Ich hab' jetzt auch echt gesnipert zu werden. Hat einer von durch Verstärkung gerufen? Nicht cool. Ihr könnt keine Unsichtbaren feststellen. Ich hab' doch. Ja, du scheiß Köter doch. Ja, wird doch ja auch sein, wenn ich... Sprach werde. Ah! Nein! Das hat er nicht gemacht, oder? Du Mistding. Boah, ihr pariert. Ich hab' pariert. Das war ja ein bisschen mehr aus Versehen, weil ich von... gar nicht verdrückt hab', aber ich hab' pariert, oder? Ja, ich geh' mal, siehste. Ich muss echt mehr parieren. Das geht dann super easy. Ist gar nicht mal schwer. Der letzte Ansatz. Okay, geil. Der letzte. Mhm. Okay. Ich muss da rein, und... mein Haarlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Oh. Das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Ungemein. Jemand muss ihnen sagen, dass die Schule hier längst... aus ist. Okay. Also hier haben wir ihre Bades. Der ist ja auch eine Mission, die hier drin ist, ne? Schätz ich mal, ja, ja. Beende die Jäger-Operation. Okay. Das ist ja easy. Aber wir werden ja nicht die Einzige gewesen sein, oder? Oder? Oder war das jetzt die einzige Jäger-Operation hier? Oder safe nicht die Einzige gewesen sein? Das kannst du mir noch nicht erklären. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Einfach nur safe nicht die einzige Jäger-Operation. Bereit, dich in der Jägerschule einzuschreiben? Die gehen in meine Schule. Die harte Schule des Lebens. Uff. Das ist übel, Miles. Sorry. Das war Teil meines Spinnentrainings. Zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Blog sicher nicht. Natürlich. In dem Moment fliegt ein Helikopter los, oder so. Ja. Das ist ein Glückstag. Ich kann mich nicht mehr durchlesen. Das ist schon immer deaktivierend. Okay. Danke. Danke, Spür. Auch warum soll ich doch durchlesen wollen? Das ist ja recht. Wer will schon lesen? gut jetzt sind die leichen auch weiter weg kann aus dem nichts er ist ja noch ein sniper die aktiviert die kommunikation zentralen von 3 spiel spiel mag mir informationen geben das merkt das war leid ich bin das leider von einem freund zu kriegen ist wohl irgendwie wird meine nächste er machten auch sehr schön da muss ich aber nicht kämpfen könnte ich ganz theoretisch kann man auch aber nur netzschlag dann hier kann man lauer tag machen auf die dinge nachher danke für deine kooperation doch keiner dem auffällt jetzt irgendwie leute verschwinden und dann wohl über den jetzt immer nach okay nach oben gucken problem was hat die spinne angestellt gerade angestellt immer immer mich was angehe doch gar nichts gemacht gar nichts möglicherweise spiderman ähm war er das da oben los geht's ach so die ganze gang ist hier es geht nicht mehr genug von euch leider gemacht habe ich ja warum hast du ihn denn weggekickt feuer ich kenne ihn doch nicht mehr finde die konsole und schalt die geschütze aus ja wir haben ein paar andere probleme als die geschütze vielleicht kommt mehr noch zurück wie wird er den hund nimmst da die blöde missvieche ne 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 ok nervig ne was ist denn das ein kö... jetzt hol mit dir ja 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 scheiß güter noch zwei geschütze übrig wer schieß denn ja 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 der denkt sich gar nichts weißt du der ist einfach gechillt ich war auch gechillt wenn die in dem Jahr mal irgendwas anfängt los zu ballern absolut verständlich der fühlt es einfach mach ich euch so viel angst dass ihr Verstärkung braucht ja aber nicht rein vielleicht kann ich den ja entkommen ja feuer komm mach du willst dich verarschen alter wir spielen mich verarschen ich da genau so ist keiner von denen erwischt wirklich geil wirst du auch ja da du bist auch ja das schießt doch mal dumm kopf er schießt doch mal nicht kann nur schneiden oh alter als ich warte so den überhaupt war es zu kurz aber hier war es keiner sieht aber natürlich die wissenstechnik sind dämlich das spiel wenn nun erkennt es nicht ja vielleicht drauf ne ja ist ja keine klebe offen aber die zählt nicht die zählt vielleicht sogar auch nicht da die 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 Heute ist nicht dein Glückstag. Danke für deine Kooperation. Da kann ich nicht viel haben wir eigentlich noch, wenn wir hier nicht schreiben, ja. Zum Glück wenn ich nicht tue. Okay, ja komm. Da wird hier die Fahrt durch Geschütze her. Und mal was haben wir hier? Weil ich mehr viel. Hab die sich verpissen. Haha. Idioten. Schluss mit Verstärkung. Jetzt erfahren die Jäger, wie es ist, geghostet zu werden. Ach so. Ah, ich werde das erst mal machen. So ein Idiot. Den letzten. Das heißt, ich hab noch die Bar. Ja, das ist blöd für euch. Guck, guck. Er entkommt. Feuere. Ah. Er ist sicher. Wo schnell bist du nicht? Haha, nice. Aus der Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum. Vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern. Okay. Ja, nice. Hab ich über die Kommunikation, äh, die abgeschaltet. Mal sehen. Was gibt es? Eine verschlüsselte Datei. Sascha. Lass ab von dieser Obsession. Komm zurück zu mir, solange uns noch Zeit bleibt. Unsere Zeit ist vorbei, geliebter. Und deine Kinder? Sie werden andere bluten lassen, um unser Imperium zu übernehmen. Die Jungen müssen sich ihren Platz erschreiten, wie alle anderen. Sie werden mich als Hindernis ansehen. Dann musst du zuerst zuschlagen. Okay. Cravens Familie? Die hören sich cool an. Könnte irgendwann Ärger geben. Dann sollten wir uns um all ihre Basen kümmern. Falls sie auftauchen. Dann machen wir uns um alle Fähre geben und dann machen wir noch eine Fähre geben und dann auf die Seite. Dann machen wir uns um, die Knaar ist einzig. Und dann machen wir uns um die Borgang. Denn könnte, wenn du den Knaar, dann schrauben musst du hinterher.